Willkommen auf Little Isdale Island. Wir haben euch schon erwartet. Javier und Gene. Nick und Kate. Stacy und Michael. Will, Andy und Olivia. Ein unvergessliches Erlebnis, erwartet euch. Ist ein bisschen komisch hier, aber ziemlich aufregend. Als ich aufgewacht bin, warst du schon weg. Ich hab dich gesehen mit ihm. Wieso, Andy? Ist da was mit euch zwei gelaufen? Ich hab niemanden gesehen. Okay, ich aber. Und ich weiß, wie du sie angesehen hast. Von wem ist das? Von meiner Schwester. Sie ist durch diese Tür und... Und dann nichts. Wenn es so ist, wie du sagst, dann ist es... Zu gefährlich, allein zu gehen. Ich schaff das schon. Ich seh nur fragil aus. Wenn wir Kinder wären, würden deine Eltern dir bestimmt verbieten, mit mir zu reden. Würde ich ignorieren. Er wird in okkulten Texten auf der ganzen Welt erwähnt. In Europa nannte man ihn Sukobus. Dieser Dämon kann jede Gestalt annehmen, um die verborgensten Laster seines Opfers zum Vorschein zu bringen. Denkst du, ich bin verrückt? Lass uns von hier verschwinden. So schnell wir können. Ihr werdet die Insel nicht verlassen. Und dann machen wir den Klingel. Untertitelung des Klingel. Lass uns von hier drauf geben. Dämonistin Klingel.